herzlichen willkommen und ein schönes gruseln zu halloween denn heute ist halloween also wir nehmen es nun bei halloween auch und heute ist ein noch mit gruseliger freund mit dabei ist christian er hat dankeschön machen wie nett du bist bürger ha naja sehen kann habe ich ein paar skins eingefügt ich habe hier den meinten weiß ich nicht mehr und er ist einfach nur klauen mit geben haaren dankeschön für diesen blöden skimmel da kann ich noch nicht dafür er ist für mich vorgeworfen heute ist halloween bürger manche sind vielleicht nicht da weil sie um die häuser ziehen oder keine ahnung auf jeden fall ich habe nichts anderes zu tun also hatte ich mir gedacht nehme ich einfach mal auf und jetzt ist schon wieder einer bei mir was der auch will ich habe keine ahnung er ist perfekt aber ich nehme trotzdem die aufnahme auf und jetzt schon wieder einer bei mir die haben die Gruppenversammlung es ist ich habe keine Ahnung ich habe keine Ahnung was will ich mach keine unterbrechen ist mir mehr auf dem Sack immer die Aufnahme zu beenden und dann immer noch und mit und sie war es kann folgende mir explodiert es bin der Weg ja die ist es hier und ja so war es wie wir spielen die Arzt an Andreas und denn die ein Ziel er hat mich sehen wollen und das ist sie haben ich stelle die Ereignisse Prozent genau und er will die Gegenteil euch kann kein Auto fahren ich schreibe sie hier nur ich habe kein drittlinger ich schreibe aber nur aber ganz schön es ist kein Schmerz gehen wenn er bleibt er da bleibt da wo du bist in rekt er gekommen wir machen die einsteigende Versammlung wenn man ein paar so wie auch vertreten er hat er hat die immer mehr auf die Autobahn ist rechtlich es soll stehen bleiben also und der und der meint die meine tschät der p auch älteren doch aber wenn man nicht auf die auf diese Idee gemacht ein kann man sagen ein MTR Helle Wiesbücher ist sagen wir mal so was ich habe in der Ex-Kette überfahren du hast ihn was in der Vorachtung die Ex-Kette perfekt die Ex-Kette er ja was kann man noch sagen und ich kann kein Auto fahren man merkt es heißt so ein Halloween Special soll man das schon sagen außerhalb der Happy Halloween der war der Mann er kann kriegen einmalig zu einer ganz großen Stelle wo es nachts ganz großen Stelle wo es nachts ja gruselig wird und ein See leuchtet dabei das ist die Titanic ein See das leuchtet ist die Titanic ist kein See und ich kann auch nicht wollen als ein Kaiserschläger der rekt perfekt hier ist es bei mir wieder das was sie einfach machen wir lassen uns auch nicht aufhören wir machen einen schönen Halloween Special weiter und nicht abonniert und ich bin nicht abo-geld das war aber kurz voll idiot gut so ist verhindern wir bleiben weil ich weiß wo der Ort ist ja ja ich werde gerade von dem Roller her und hat auch gerannt ein Vorfolger zu geben mit Nitro natürlich wie er mich natürlich kennen und auch nicht da hat man abgang die BIA an der sich ein Kind zu reichen er muss nach sich kein Spoiler drauf gemacht das ist ja was was kein Spoiler drauf gemacht er nie weil er ist das das ist ein geiler aus dem Sprechner Sprechner und ich kann nicht gerade ein feierer ein Raufer und du mich aus dem Fest ja so wie so wie er was er was hält ich verstehe ich verstehe ich mal eine neue Ecke um ich muss ich muss auch kurz mal weg muss man kurz vorweg wie wir hier in der Europäischen Union er hätte er nicht dass die Städte viel rechts als auch schafft das die Serie gehen nach Sf und von einem Weg er lief von von Sf aber kommen dann wieder wollen wir nicht woanders hin nicht da ein wenn die Läden und sagt er in die ist Prozent Prozent die Spiegel ich bin kurz mal weg okay okay das ist gleich ja und er wurde ja so läuft es in das ist halt meistens auf MTA oder besser gesagt auf diesen wenn ihr mal auch so ein Halloween Special gemacht habt oder machen wollt dann könnt ihr ja den Link dazu schreiben weil ich würde ihn mir immer gerne angucken wäre es ja nett gewesen oder wäre sehr nett ja ich bin da an dem Orts suchen was hat denn da für ein Problem ich hab grad leichte Frames Einbrüche Alter will der mich verarschen hier oder was so ein ja und man kann hier auch Rampen machen genau vor